Was ist die Ausbildung bei Bosch? Ausbildung bei Bosch ist super, weil wir eine eigene Ausbildungswerkstatt haben, in der die Auszubildenden eigene Projekte betreuen, wie zum Beispiel hier diesen heißen Draht, den die Auszubildenden selbst gebaut haben. In der kaufmännischen Ausbildung durchläuft man ganz viele verschiedene Abteilungen. Man kriegt einen richtig guten Einblick in das ganze Unternehmen. Ich denke, man hat auch nach der Ausbildung sehr, sehr viele Möglichkeiten, dann weiterhin eingesetzt zu werden, sowohl international als auch national. Daher denke ich, dass es sehr gut ist, wenn man eine Ausbildung bei Bosch machen kann.